Wo läuft ein Börbchen-Kamil? Nein, nein, nein! Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa! Wir spielen Gears-Offa 3! Aber nicht nur zu zweit! Nein, wir sind zu dritt! Ja! Und mit dem Crazy Memphis! Hello, meine lieben Freunde! Willkommen zu Gears-Offa 3! Auch auf meinem Kanal, nicht in meinem Kanal! In deinen Kanal! Wir gehen in deinen Kanal hinein! Wir bohren uns durch! Ich hab mal einen Gummihandschuh mitgebracht! Fürs tiefe Eindringen oder Wett? Ganz genau! Ich muss mal sagen, du hast cool geschminkte Lippen, also in meinem Gameplay! Das kannst du jetzt nicht sehen, Crazy, aber ich bin mal ganz nah rangezoomt hier von... Ich kann sogar in deinen Schädel reingucken und er ist hohl! Hier ist der Beweis, der Kopf von Smirke ist hohl! Das ist der Beweis! Wo bist du da? Also ich bin jetzt nicht mehr blond, ne? Übrigens? Nein, das ist jetzt der Smirke! Ich bin blond, ja! Das ist, äh... Also manchmal ist er sogar unsichtbar, muss man dazu sagen! Los geht's, komm! Alright, let's do this! Ich hab mal ganz andere Waffen jetzt damit! Frechheit! Bin ich wieder der Cold Train! Yeah! Aber hier ist das doch jetzt auch mit dem Roboter, dass der irgendwas aufmachen muss und wir müssen den dann beschützen, ne? Ich hoffe nicht! Natürlich! Ich bin schon der Meinung, sonst wäre der Roboter ziemlich fehl am Platz! Hier knattert da gerade was! Oh, hello, Ethion! Zweifach-Säger hier, wa? Sehr geil! Double-Säge, jawoll! Nice! Love it! Au, au, au! What the hell? So, kann ich jetzt mal gucken, was hier lag? Ein Retro-Lancer! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier, bei mir! Da nehm ich nur so eine Loop rein in der Hand! Hier, bei mir, bei mir, bei mir! Wo ist der Rock hier? Bei mir! Mach mal deinen Nachsinn! Stirb, du dummer Sau! Stirb! Nice! Wo seid ihr? Ihr seid da! Okay, okay, okay! Wo seid ihr denn überhaupt? Das ist ja wieder einer, okay! Hey, hallo? Ich war's diesmal nicht! Ja, ja, ja! Kriegt ihr es aber hin! Äh, Boomer! Nein, 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 nein! Ist down, ist down, ist down! Äh, habt ihr noch Spaß da unten? Oh, hier ist nur ein Archon-Bogen, falls jemanden haben will! Direkt da, wo steht! Ja, hier ist auch einer! Ja, 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 ja! Wo ich stehe, ist auch einer! Nein, nicht die Waffe, Mann! Surprise, Motherfucker! Oh, ach, das war der Roboter! Oh, mein Gott! Mulcher! Kü-ching! Hier, halt, da, genau! Pog-Bow! Pog-Tow! So, haben wir auch hier! Oh, er schießt schon, er schießt schon! Da ist ein Dicker! Da nehmen wir den Tog-Bow! Ich hab den Mulcher! Oh, hier ist schon wieder jemand down! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Hier sind keiner down! Nein, 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 nein! Und hep und wuii! Ja! Ah, fuck! La fuck! Hast du gesagt fuck? Viva la fuck! Ach, Mann! Wie kann man in so einer Situation an... an... ... an... ... so was denken! ... also echt! Guten Tag! Oh, Munition, alle. Oh, ach, du hast einen Schimmelbeil mitgebracht. Cool. Ist ja geil. Ist das eklig. Was hat er mitgebracht? Was? Hackebeil. Ach so, ein Hackebeilchen. Gibt es heute wieder frisches Meadow, der Wett? Es gibt Hack. Dafür hast du den Landsteig. Ach so, den weg. Oh, 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 oh. Es ist nicht so. Ein kleiner Moment, bitte. Ein kleiner Moment, bitte. Uff, steh. Granate, Vorsicht. Alter, was war das denn? Das war eine Granate von mir. Da geht auch keiner hin hier. Oh, oh, ich bin auch mal schießen. Frecher halt. Mano. Ist hier noch eine Gnäscher? Jawohl. Oh, oh. Oh, 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 oh. Der Trottel. Der genau nach vorgesetzt, ey. Okay, schnell ans Geschütz hier oder anders? Oh, okay, Gnäscher. Gnäscher Time. Alter. Der Toppo-Typ hat mich in die Luft gesprengt, während ich auf den Typen beim Schild. Eine Haube, wie geil. Vorsicht, Dicker. Oh, ich bin auch da. Oh, ich bin auch da. Jedes Mal, wenn ich aufstehe, liege ich wieder. Geil, 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 geil. Ich komme erst ein Stück zurück. Jawohl, danke dir. Oh, wie geil. Ich komme. Ich komme. Ja, witzig. Ja, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Oh, was ist denn los? Was ist denn jetzt los? Ich weiß es nicht. Du warst ein Stück. Da kann man sich ja gar nicht konzentrieren hier. Oh, wie geil. Lachflash bei Smotty. Oh, das ist doch gar nicht witzig. Oh, doch, ich fand es sehr witzig gerade. So, ich habe das Ding hier mal an, Mann. Damit wir mal hier schießen können. Oh, wie schießt der da auf mich so? Au, bitte. Ich kann hier. Ich kann hier. Ich sehe nichts. Oh, maybe, maybe, ba, ba, ba. Nice. Das ist ja gut. Got this one. Aber ihr ist doch gesockt, ne? Ich lach, ich tot, ja. Ihr ist doch gesockt, ja. Oh, wie geil. Sehr gut, sehr gut, ja. What? Oh, mein Gott, ich wollte gerade ein Säge-Duell starten. Ich habe ihn gehauen, gehauen und war tot. Ja, toll. Das kenne ich. Oh, wie geil. Oh, nochmal. Das war so schön, oder? Ich stand auf, ich war wieder am Boden. Ich stand auf, ich war wieder am Boden. Wir müssen ja nicht reinrennen, oder? Oh, das war witzig. Ich lasse das Schwert mal liegen, das taugt irgendwie nichts. Oh, klar bin ich tot. Oh, das ist geil. Ey. Ups. Oh, oh, da ist wieder einer down. Ja. Was für mich. Ja. Wow. Bläh macht er schon. Und weg ist er. Ich bin bei Snogs. Yo. Ich habe einen Blick zu weg. Das war der nächste. Okay. Ich höre mal wieder aus. Die Schiffe kommen. Die dumme Fickärsche, ey. Die dumme Fickärsche? Was ist das denn? Das sind Kinder anwesend. Also zukünftige vielleicht. Ja, ja. Das sind zukünftige Kinder anwesend. What? Das kommt ja nicht da. Oh, läuft doch. Ich versuche, die Dinger abzuknallen. 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 Ja, das mache ich gerade. Du, der nächste. Ne. Kommt gerade nach. Der Ding. Und du, der letzte. Yeah. ja ich komme nicht raus ist wieder jemand ja wohl spieße ihn auf das misst schwein ich habe mich heute ganz nach rechts geschossen hat nur diese red von lenzer piekse gemacht die haare glänzen die hat das gerade frisch gewaschen london umsteigen bei regen die frisur hält drei wetter taft ich kann nämlich zuhören weil du dann dauernd redest um ehrlich zu habt ihr keinen untertitel an dann kannst du auch lesen so ich habe mulcher hier zur hand das ist sehr gut ne den habe ich schon in der hand er sagte er hat mulcher zur hand warum sagst du wo 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 warum schieße ich die ich alle guck mal die koffer sind so leicht die schieße ich mit meinem fuß so einfach weg ja ich wollte gerade sagen ich gehe nur dran vorbei und dann smagget versteckt ist der krieg wo der braun koffer den behalte ich jetzt ja der sieht gut aus dass sie hier sieht nicht gut aus das zweikampf sofa sofa hier im rot oh ja stimmt müssen wir ja noch mal vorher hier schön hinstellen also wenn das braun ist dann ist das was aus deinem hintern rauskommt ganz andere farbe hätten sie alle getötet hier grün wieso kommt ihr beide jetzt auf grün das macht mir jetzt sorg wir sprechen aus erfahrung weißt du wir labern gerade wenn er die labern merkt ihr das nein das smile on your face lets me know that you need me smoke weed every day Vater wir kommen Vater Papa Papu die hängen ja auch ganz schön hoch die Jungs ne oh Muni für Reco Lancer Juhu hier liegen noch zwei Granaten und Muni und ein Langshot wen es interessiert meine ich willst du nichts davon aufnehmen ok ja ich habe jetzt noch wie gesagt meinen Mulcher zur Hand und äh der Rest dürfte eigentlich noch gut bestückt sein hey baby hallo du willst jetzt angeben dass du gut bestückt bist oder was ha 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 du hast voll das dicke Rohr hier du Hut ab ey ey spinnt ja mal ja ja steht schwamm der kleine auf jeden Fall kannst du auch bisschen rumrühren mit dem Ding hier so gimme a hand da rumstehen und labern und von guter Bestückung reden hilft da nicht ha 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 ich bin schon uns hilft das doch dann mach das mal mit deiner guten Bestückung auf da oh oh ich höre nichts gutes links rechts wo denn nun rechts oh oh hier um die Ballestrale schießen hier um die Ballestrale schießen hier um die es jammern ich will nur die es jammern ich will nur noch ausmachen genau weißt du wo ich jetzt wirklich schon gegen abschießen will ja äh ja doch aber ich habe jetzt nur noch kaum Moon ok ok bin leer leer äh ja gut ja ist auch down ok mit dem Schild hab ich ihn kaputt gemacht das ist ja böse äh ich denke mal wir müssen an dieses Geschütz dran damit wir hier dieses Fluchding platt machen können dann müssen wir uns mal beeilen hier glaube ich oder beeilen ja ich geh schon wo seid ihr denn schon vorne aber beeilen hab ich ja keine Zeit auf der anderen Seite glaube ich nein ich wollte aah der kommt aus dem Weg hier oh dieser Roboter ne schreckerlich Bert was machst du denn da so geht das oooh ha 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 oh yeah er spießt wieder auf hier ich bin hier der nein Dorn und er schrie wie am Spieß äh nimmt einer das Nööö wer nimmt denn das Geschütz hier eh weiter mach ich es ja und Katapult wer macht wer hat ja auch ich mach ich tue Wenn der Ding mal nicht so lahm wäre, ne? Boah, guck auf, da oben. Was war das? Da schießt irgendwas auf mich. Aber ich hab nicht getroffen. Nein. Oben auf dem Dach. Ja. Irgendwas schießt auf mich, das ist ja auch nicht. Hilfe. Von links, glaub ich, ne? Wo ist er denn da? Ja, hinten. Gar nicht. Gar nicht, das ist ja berufen. Treffer und versenkt. Du hast das andere Geschütze auch gesehen, ja? Da kommen zwei Geschütze. Ja, deswegen mach ich ja auch erst die Aufgabe, damit das nämlich ratzfatz vorbei ist. In meiner Kamera, die Textpektive triffst du nicht. Ich treff alles. Achso, du warst den Damm kaputt. Okay. Achso. Oh, und da ist der Damm gebrochen. So feucht hier. Meine Füße sind auch schon nass hier. Oh, mein Ruh ist ganz feucht. Uuuh. Das hat andere Gründe. Hey, Baby. Ich habe einen Finger im Ohr, ich glaube auch nicht. Ich habe hier die Einsatzcodes. Mehr brauche ich nicht, um sie auszulösen. Professor, hier spricht Damon Baird. Wie funktioniert dieses Ding hier? Ah, Baird, ja. Prescott hat dich erwähnt. Stell es dir als Neutronenbombe ohne Explosion vor. Sie tötet nur die Leuchtzellen. Und zwar in uns allen. Also gut. Ich freue mich drauf. Also, Brandgranaten liegen hier noch und Mohnen lag. Brandgranaten wären nicht schlecht. Hast du die Granaten aufgenommen? Lancer ist hier auch noch. Und eine Sub-Bistule. Gut, auf jeden Fall. Wieder voll, das ist gut. Du kriegst die Tür wieder nicht auf. So ein Quatsch, ne? Doppelflügel-Tür kriegst ich alleine nicht auf. Vor allem solche Oberarme und kriegst die Tür nicht auf. Du kriegst die Tür nicht auf. So ein Quark, ey. Okay. Sieht nach Spaß aus. Da rennt irgendeiner vor. Oben. Jajajajajajajaj. Ich bin der Gott der Hölle Feuer. Und ich bringe dir Feuer. Komm schon. Ey, ey, was ist denn mit dir? Ey, ey, was ist denn das Ding gerade? Irgendwas ist... Bist schon wieder down? Warum? Das mach ich nicht. Boomer links. Zwei Boomer links. Einer, oder? Oh, ne, doch noch zwei. Zwei Boomer links, zwei Boomer rechts und ein Fall ist das. Oh, der hat ein Schild. Der hat ein Schild. Der hat ein Schild. Ja, macht ja weh. Ja, ich schieße hinten drauf so ein bisschen. Wie geht's auch? Kommt von hinten wieder, ja? Da hinten. Ja, freilich. Na komm, hau doch mal zu. Oh, Lusche. Mama, ich hab was am Arsch. Hast du was am Arsch? Ein Exil. Du mal was am Arsch haben musst du. Seid ihr schon da oben, oder was? Wer wollte eben ziehen? Wie kommst du denn da oben hingelaufen? Dicke, ich schieße mit den Bogen vor dir. Habt ihr nicht gemerkt. Hier hat man bessere Deckung auf, ne? Wir haben ja ein paar Leuchten. Okay, da kommt eine ganze Lagage. Fire. Los, schieß drauf. Fire. Mach's weg. Fire. Scheiß Reiter. Okay, ist down. Ich hab ja die falsche Waffe in der Hand. Ey, ey, ey. Wer, 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 wer? Wer macht da sowas? Nice. Wo ist der hier mal? Ey, der Roboter fliegt mir in der Sonne. Hammer Burst? Wie kann Hammer Burst? So. Ich will auch keinen Arc Bomb. Oh, ich hab meinen Retro Lancer fallen. Right, ready. Woo. Retro Lancer, Hammer Burst, Torque Bomb. Yeah, baby. Ganz viel Toxie hier rum, ja. Was, ich nehm jetzt mal ne Boomy mit, äh. So. Boom Short. Hier, nochmal Boon. Ah, da. Sehr schön. Yeeha. Sehr gut. So, und jetzt bitte mit dem Boom, alle, die einen Boom Short haben, nach unten zielen. Hahaha. Das kann, das kann nur einer machen. Mäh, meh, 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 meh. Hack noch drauf rum, ey. Das bleibt, glaube ich, mein langstes Leben noch bestehen. Ja, definitiv. Hahaha. Machen wir die Tür auf hier. Oh. Guck mal hier. Oh, da haben wir wieder so einen. Der Start will ich auch mal haben. 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 Die Bejagungsbestie. Der Bejagungsbestie. Der Bejagungsbestie. Der Bejagungsbestie. Der Bejagungsbestie. Ja, jetzt konnte ich hier nicht nachladen, weil ich hier... Wow, okay. Scheiß drauf, ey. Ach, fucko, ey. Ich geh heute mal hier richtig gut drauf. Ja, genau. Der musste weg. Ja, das wusste ich. Deswegen habe ich ihn auch weggemacht. Wow. Sehr gut. Da ist noch einer. Warte. Oh, no. Da ist noch einer. Warte. Oh, no. Jetzt hat sich Bert in meinen Schuss gestellt. Ich fasse es nicht, ey. Hey. Könnt ihr mal aufhören? Hey. Sobald ich abziehe... Ich stelle mich jetzt nicht mal vorne hin, okay? Oh. Ich bin schon wieder draufgegangen. Ey, bitte. Danke. Wahnsinn. Wir können da auch mal hier eine Pause machen, oder? Nein. Nein. Den Kampf machen wir noch, aber ohne, dass du drauf gehst. Na gut, dann bleib ich jetzt dabei. Das wird jetzt noch hier. Falls ihr die vorherigen Folge nicht gesehen habt, er geht immer drauf. Heute ist es mit Bert. Aber jetzt habe ich noch mal eine Chance, mit dem Torpo besser zu zielen, ja. Ich kann hier nicht schießen. Oh, jetzt habe ich viel zu hoch geschossen, ups. Ich muss gleich ein bisschen näher ran. Right. Ja, viel besser. Gefällt mir viel besser. Boomshot for the win, würde ich sagen, ey. Sehr geil. Ey, fuck off. Ey, wo kommt der denn her? Wo kommt die denn her? Ich stehe schon wieder an der Tür, wo alle rauskommen. Ich habe immer das Gefühl. Oh Gott, ich auch. Ich stehe, wo kommt die tolle Leute raus? Ist ja geil, ey. Oh, ii. Uh, ha, ah. There you go. Big, 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 big. Boom. Boom. Whip, bang. Er hat mich gekillt. No. Er hat mich gekillt. Er hat mich zerstampft, zermatscht. Er hat mich gekillt. Er hat mich gekillt. Also, das heißt, wir sitzen nicht links. Nicht rechts stehen. Hört ihr da stehen bleiben. Ich stand direkt, glaube ich, wo der Tür aufgeht. Erst mal mittig bleiben. Das ist ganz gut, weil dann können wir erst mal die Mitte auch ausräuchern. Und zwar here we go, ich geh hier gegen... Ich kann mich hier nicht an die Wand stellen, weil hier ganz viele Füge drin stehen. So, again. AUSCH! Au, hört ihr mal aufgehen, der kommt anke. Au, kann mal einer... Oh oh. Kann mal einer... Oh, was zur Hölle? Ah! Was denn? Fuck you! Fuck you! And you! And you! Spritze! Okay, Moon ist alle. Jetzt kommen sie von rechts und links, glaub ich, gleich raus. Ich brauch aber noch die Granaten vorher. Dankeschön und weg, Insel, weg, hab ich gesagt. Habt ihr, nein, habt ihr nicht gesehen. Der sprang und wurde weggesäppt. Oh, Rakitas. Ja, Rakitas. Scheiße, Juck. Vielleicht kommt noch Dicke von links und rechts, ne? Denkt dran. Ja, 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 deswegen hebe ich jetzt auch meine Granaten auf. Genau. Okay, ich glaube, ich stelle mich jetzt mal hier. Oh, der ist ja schon von rechts. Äh, von links kommt. Einen Boomer hab ich weg, den zweiten hab ich angedengelt. Okay, rechts ist noch zu. Rechts kommt. Boomer ist weg. Kein Togbo, ja. Wow. Wow. Die betäubt ja richtig die Granate da für den Typen, ne? Hä, wo ist sie ja eben, mich auch eben gerade. Ich konnte gar nicht mehr nachladen bei der Scheiße, ey. Er hat eine Betäubungsgranate, die böse. Das darf der doch gar nicht. Ja, warum geht denn jetzt hier die Tür nicht auf? Die ging doch vorher auch auf. Was ist das, was? Jetzt kommt da keiner mehr, oder was? Au. Au. Ich stürze nach vorne zum Ding. Au. Ja, ich auch. Stürme. Stürme. Au. Jetzt hänge ich an der Bank fest, oder was? Ich fass es ja nicht. Der ist der falsche Sein. Ja, ja. Ich wollte nur gucken, ob man da drauf sitzt. Man weiß das ja manchmal nicht, ne? Fuck you. Genug genervt. Yeah. Sehr gut gemacht. Noch irgendjemand welche Fragen? Das macht sehr gut. Schöne Krabbelkäfer. Ja, cool. Ich habe keine Waffe in der Hand gehabt, ey. Wie geil war das denn? Warum hat er so komisch anzettet? Okay, lauf! Rüber zum Gebäude! Jetzt! Lime-Penisse! Run, Boy! Run! Riecht die Erde durch! Wow! Ach, was denn echt dick, ey! Hier halt jetzt aber, oder? Perfekt! Perfekt! Der rechte Runde, ne? Kein einziges Mal draufgegangen? Die Flucher! Hast du das gleiche Gantle gesehen wie wir? Okay, er hält das Schild jetzt hoch und wir sagen... Jo, das war Gears of War 3. Im Dreifach-Together sozusagen. Ja. Im Flotten-Dreier, oder was? Das hast du jetzt gehört. Sehr schön. Okay, danke. Haut da rein, meine lieben Freunde! Bis zur nächsten Runde! Outro 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 .